heute geht es um das elendige thema verliebt in die beste freundin so und ja es ist aber war bisher eine platonische beziehung schauen wir mal rein von einem herrn kannst solche fragen auch über ein formular über liebe.de stellen ich habe nur eine bitte wenn du solche fragen stellst dann überlege dir vorher will ich das wirklich manchmal haben wir es dann dann was nicht nicht schon beim videos machen und was weiß ich und dann ach nee doch nicht und das ist für mich immer ganz blöd also will ich das wirklich will ich wirklich so eine antwort haben und das wäre sehr fein hallo mc verfolge ich jetzt schon seit einem jahr mache auch deine kurse und haben ja auch dein erstes buch gekauft also der liebes coach heute habe ich mal etwas andere frage an dich in der es mehr um freundschaft geht ich hatte vor etwa sieben wochen festgestellt dass ich mich in meine kollegin die auch meine beste freundin ist verliebt habe ja das passiert gerade uns männern halt sehr leicht also wenn wir single sind sind viel um eine frau rum das ist ja es eigentlich gibt es so super witzige youtube videos so interviews gemacht werden und eigentlich also platonische beziehungen interviewt werden und alle frauen sagen das ist rein platonisch und alle männer sagen wenn sie dann gefragt werden würdest du auch mal ein bisschen bad sport machen mit einer besten freundin klar sofort ich hatte vor etwa also sieben wo ja hatten wir schon ich habe dann meinen mut zusammen genommen und sie nach einem date gefragt super finde ich richtig richtig gut sage ich ganz ehrlich nachdem ich über diesen zeitraum und davor körperliche nähe ihrerseits sind immer häufiger treffen mit ihr und auch anderen freunden sowie andere signale ihrerseits wahrgenommen hatte die ich als interesse interpretiert habe ja kann ja auch sein du kannst es nicht wissen du machst ein date vielleicht war sie einfach nur nett und sehr gut finde ich gut wie gesagt wenn eine frau einen länger kennt also normalerweise haben wir ja im dating prozess also drei töpfe sage ich mal wo eine frau männer einsortiert es gibt den topf finde ich immer hot es gibt den topf finde ich nie hot und es gibt den topf weiß ich noch nicht so genau mal gucken wie sich entwickelt und dieser dritte topf der ist aber nicht lange verfügbar das heißt wenn man mit einer frau länger befreundet das gibt es eigentlich nur noch zwei töpfe entweder sich fand ich auch schon immer hot kann man nicht wissen eher seltener als das andere oder du bist halt schon längst in der friendzone und da gibt es auch oft keinen weg mehr raus manchmal schon und ich habe das ja auch gerade im liebescode ja auch gesagt was denke ich die einzige möglichkeit da ist aber da kommen wir gleich noch zu sie sagt mir daraufhin dass ich nicht der typ sei also erst mal was mich in diesem moment auch fein war naja irgendwie nicht irgendwie nicht unerwartet aber okay sie sagt mir dann auch das mal so scheiße man denkt da ist doch was naja dass ich mich nur als freund sehr die freund so das ist auch so bleiben würde daraufhin entgegne ich hier gegenüber dass es mir aktuell nicht vorstellen kann nur mit ihr befreundet zu sein und ich abstands wieder gewinnen müsste aber ich finde ich finde eine reaktion super ich weiß also ich bin bei dem thema bin ich absolut extrem also ich will das auch nicht als einzig mögliche art damit umzugehen hinstellen aber ich sage dazu noch mehr ich lese das mal weiter ich wollte doch nicht stillstehen oder rückwärts gehen ehrlich zu mir seien und ihr seien perfekt deswegen sagte ich ihr dass ich kontakt zu ihr zunächst minimieren auf das nötigste beschränken werde mit der begründung dass ich die gefühle für sich verarbeiten und schnell loswerden wollen perfekt das ist jetzt zweieinhalb wochen her seitdem hat sich einiges getan zum einen kam sie plötzlich nicht mehr mit der situation klar was verständlich ist und hat mich konfrontiert als ich sie im arbeitsumfeld neutral behandelt habe und auf dem weg zur arbeit wo wir den gleichen weg haben vermieden habe sie fragte mich ob ich es denn fair finde wie ich mich gegenüber ihr verhalte ja also das kann ich auch echt von klassiker muss ich wirklich sagen also auch als man muss ich sagen absoluter klassiker die frau erwartet natürlich dass du jetzt ewig immer nur ihr kumpel bist und ihr obwohl sie verliebt ist dass wir das jetzt anhörst wie sie andere männer durchnimmt und was weiß ich und neue freunde hat und noch mehr verunterst du das alles anhörst obwohl du verliebt ist und da sind viele frauen können sie das sind so gewöhnt dass die männer an die fremdsorren stecken können dass sie dann völlig aus dem häuschen sind wenn man das auf einmal nicht nicht mitmacht er kann ja natürlich nicht vorschreiben wieder zu fühlen hast völlig klar wenn du sagst kann sich mit dir nichts vorstellen ist es so aber du musst als man das nicht akzeptieren dann weiter befreundet sein zu müssen aber das habe ich auch schon erlebt dass dann ich hatte das mal das wirklich auch einer der letzten dating situationen die ich per online dating hatte ich eine eigentlich coole frau irgendwie und dann hatten wir gedatet und das ging auch ganz gut voran und dann irgendwann dachte sie nehmen dass uns doch freunde bleiben und da habe ich gesagt du hast never ohne mich habe ich keinen bock drauf ich habe andere ziele mit dir und nee dann bin ich das lieber und ist dann völlig ausgerastet weil sie das was ich frauen kinder so gerade attraktive frauen kinder so ob nicht dass man das nicht mitmacht weil sie es eigentlich kennen lassen man das dann stiller duldet in der hoffnung dass sich doch noch irgendwas ergibt was es aber nicht tut weil das nicht an der polarität ist was du machst das ist in der männlichen polarität also ich feiere das ich weiß dass es andere anders sehen muss man auch ganz ehrlich sagen ist ein gutes recht zu sagen ich möchte jetzt distanz haben ich muss das erst mal verarbeiten ist ein gutes recht sie hat mir vor dass ich sie behandle als ob sie das arschloch wäre worauf ich entgegnete dass sie das überhaupt nicht sei und ich sagte dass ich ihr bereits sagte dass ich abstand bräuchte ja das ist für sie natürlich jetzt auch blöd ist vor allem wenn sie sich als freund schätzt ist ja klar aber ich denke dass es genau das gespräch was dann geführt werden muss habt ihr jetzt gemacht daraufhin warst du mir vor ich würde mich eher respektlos gegenüber verhalten und verließe das gespräch ja das ist eine frau der wird nicht klarkommt jetzt dass du grenzen setzt ist wie es ist ne ich sprach dann für mich war die sache erst mal gegessen und ich würde mich weiterhin neutral ich sprach dann mit einem freund über die geschehen ist eines im tag und verfasste daraufhin eine längere sprachnachricht um meine gefühle ihr gegenüber auszuklammern und dass sie mir nach wie vor wichtig ist ja also finde ich sehr sehr nett und auch aller ehren wert ich habe zu dem punkt eine extreme meinung und ich will die jetzt aber auch nicht als einzig mögliche hier verkaufen also meine meinung ist wenn du eine frau hot findest du bist single und die single und die seit befreundet und was sie in sie verliebt und sie will dich nicht daten was heißt sie will dich nicht daten also sie fühlt halt einfach nicht dann würde ich lieber die beziehung beenden ganz ehrlich ich kann bock drauf kein bock dann stehe ich lieber zu mir als mann und sagt ja verstehe ich alles gut aber auch da diesen ich habe keinen bock mir jetzt anzuhören wie du was weiß ich dann wie du andere freunde anschleppst und ich muss mir das immer anhören sorry fühle ich einfach nicht ich beende das jetzt hier das würde ich machen wenn man jetzt natürlich männer und frauen befreundet sein wenn vielleicht beide beziehungen sind und was weiß ich oder wirklich beide nichts voneinander wollen was glaube ich die ausnahme ist aber gut natürlich geht das aber ich bin eigentlich gut damit gefahren ich habe das früher auch immer anders gemacht gott dann bleibt man doch befreundet und hofft still dass sich irgendwas tut tut sich natürlich nicht leidet unendlich und ich habe irgendwann nicht entschieden meinem leben es gibt es nur noch saubere strukturen irgendwie und ja und dann setzt du es eben um und das ist aber doch oft was passiert sobald du anfängst deine eigenen standards umzusetzen flippen häufig andere leute aus aber das ist ja nicht dein problem das ist nicht dein problem genauso wie nicht das problem deiner freundin ist dass sie dich nicht nicht gut findet als partner genauso wenig ist es dein problem wenn sie sich das so aufricht dass du vielleicht nicht mehr mit ihr befreundet sein möchtest aber scheinbar willst du es ja doch noch was auch okay ist wenn du das tragen kannst wie gesagt ich würde es nicht mehr machen aber ich weiß dass es eine sehr extreme meinung ist und kann super verstehen wenn leute das anders handhaben ich hätte ja kein bock mehr drauf ist natürlich so ein problem aber wirklich lange 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 befreundet ist und es ist die beste freundin vielleicht ist es einem doch wichtiger die freundschaft fortzuführen ist ja immer die frage wie sehr ist man verliebt und kann man das wirklich runter schlucken also das muss dann letztlich jeder selber wissen ich könnte mir schon auch vorstellen wenn es wirklich super langjährige freundin ist ja sonst dann doch versucht irgendwie dahin zu biegen aber ich weiß nicht stelle mir das extrem schwierig vor aber bis ich finde was passieren alles richtig gemacht soll ich ganz ehrlich und dass ich weiß dass ich sie aktuell verletze ja aber sie hätte ich ja auch verletzt mannet ihr verletzt euch ja beide nicht absichtlich aber ihr fühlt sagen wir so ihr fühlt euch beide verletzt aber du ja auch wie gesagt genauso wenig wie man von ihr erwarten kann dass jetzt plötzlich mit dir zusammen sein will kann sie von dir erwarten dass du das jetzt akzeptiert die situation absolut nicht und dass ich weiß dass ich sie aktuell verletzt aber dass das nicht meine absicht ist vor allem weil ich sie auch in wie auch in der nachricht gesagt habe freundschaftlich liebe ja da haben wir gar keine zweifel aber du willst auch was anderes mit mir machen und mit ihr zusammen sein jeder mal nicht von ab die antwort ihrerseits lautet dass sie nicht weiß wie sie mit der situation klarkämmen ja ist ja auch scheiße das verstehen wir alle dass sie freundlich sei mir gegenüber und hinterfragt ob ein mädchen nicht mehr freundlich sein darf also sie hat ja auch nichts falsch gemacht das ist steht außer frage ist halt wie es ist ne ist für euch beide jetzt blöd aber so ist das leben halt ne aber sie natürlich hat sie auch nichts falsch gemacht klar habe sie sich ganz genau so sie warf mir vor es wäre mir egal wie es ihr mit der situation ginge mein verhalten grenzwertig wäre und dass ich sie strafen wollte mit missachtung und aus dem weg gehen ja ich verstehe schon wie sie darauf kommt aber vielleicht könnt ihr das ja noch besprechen sie glaubte außerdem dass sie dass ich es glaubte außerdem nicht dass ich es schaffen würde mit den gefühlen fertig zu werden und die situation zu meistern ja dann soll sie doch zufrieden sein wenn du dich aus der situation raus siehst daraufhin begabe ich mich auf sendepause und ich musste auch nur einmal zusammen arbeiten seitdem mit ihr ich verhielt mich neutral und sie genauso in dieser zeit ergründete ich dass ich mich nur in eine idee von ihr verliebt hatte die auf einem krankhaften bildungsmuster bezüglich meiner schlechten beziehung meiner mutter aufbaute ja also da weiß ich ja für mir jetzt die hintergründe also lese jetzt einfach so vor aber okay was ist denn das wünscht für ein krankhaftes bildungsmuster aber ihr also ihr seid auch gut befreundet wo ist jetzt hier das krankhafte und dann hast du sich in dir verliebt das ist so alles finde ich jetzt nichts krankhaft also erscheint mir jetzt nicht wie ein krankhaftes bildungsmuster aber vielleicht fehlen mir jetzt hier information krankhaft natürlich jetzt in anführungsstrichen jetzt nicht ernst gemeint ich verwächst in diesem kontext nähe wärme freundlichkeit fürsorge mit interesse und verliebe mich dadurch immer wieder in ideen von freundinnen und kollegen ich finde das zum großen ich weiß jetzt nicht ob du dich jeden tag in jemand neues verliebst aber also sich in jemand zu verlieben den man so vielleicht optisch interessant findet und der dann auch offen und warmherzig entgegenkommt und nehme einfach mag finde ich dass man sich dann in den verliebt finde ich völlig normal also da weiß ich jetzt nicht woher das destruktive muster ist aber vielleicht versteht ihr das und könnte in die kommentare schreiben ich arbeite daran dass meinem gehirn in dieser hinsicht differenzierung beizubringen was bisher ganz gut klappt na ich kann nur sagen aus aus meinem leben auch schon mal falsch eingeschätzt habe und gerade mit so einem mutigen move wie du ihn auch gemacht hast sich die person auf der anderen seite dann doch überlegt hat ob sie mich doch auch gut findet auf eine andere weise also ich finde was alles richtig gemacht haben entlieben klappt ganz gut bisher und kein rebound mit einer anderen kollegin oder freundin in der letzten woche haben sich allerdings die dinge überschlagen ich feierte mein streaming comeback ja schau mal was du auch content creator und sie tauchte plötzlich in meinem chat auf und interagierte mit mir sie lobt für mich für meinen stil zu streamen und die leute zu unterhalten am nächsten tag hatte ich wieder mit ihr zu arbeiten wo dann auch zufälligerweise eine kollegin auftauchte mit der sie sich über zwei stunden neben der arbeit nur über kerle unterhielt ja das ist das ist eben die scheiße dann ist man befreundet muss sich das anhören daraufhin kam auch noch ihre mutter stiefbruder und vater zum essen mit dem unterhielt sie sich über ihre aktuelle dating situation und ihren typ man das jetzt das ist genau die scheiße die man sich dann anhören muss ich fühlte mich vorgeführt versuchte aber mir nichts anmerken zu lassen ja das ist immer gut cool zu bleiben im verlauf des abends bot ich ihr dann aus kollegialen gründen an die eine körperlich schwere arbeit abzunehmen weil sie auch probleme mit der wirbelsäule hat ja ok eine halbe stunde später war sie plötzlich wieder fürsorglich und hat sich wiederholt sichergestellt dass ich genug trinke meine fragen sind jetzt was konnte ihre mission sein ich glaube sie ist einfach verwirrt ja will ich stand jetzt nicht finden finde ich aber ist du bist ihr als freund wichtig und sie weiß nicht wie die situation umgehen muss und switch da so hin und her denke ich ne ich habe mich in lieb und möchte zu diesem zeitpunkt nur noch mit ihr befreundet sein wenn das so ist dann ist es so ne gebe mir jedoch noch die vollen 30 tage um meine entscheidung zu bestätigen bis dahin werde ich mich weiterhin versuchen neutral zu verhalten ja also wenn wenn du das wieder weiterführen willst dann würde ich aber auch sagen dass du dich dann in vier wochen wieder meldest irgendwie hat unsere freundschaft und beziehung noch eine chance oder hat sie zum großen treffer weggesteckt also wenn du das weiter willst hat sie bestimmt eine chance ist das überhaupt eine gute idee viele grüße antarktika sascha kovic also ich habe ich wie gesagt ich will das nicht immer ausdrücken ich habe eine sehr extreme meinung zu ich habe auf sowas keinen bock da ich ganz ehrlich ist meine ganz persönliche meinung aber ich sage jetzt noch mal ich will das nicht jedem aufdrücken also wenn das leute anders sehen und uns sagen hey mir ist denn die freundschaft doch wichtiger schluck das runter und ich krieg da schon irgendwie hin alles gut wunderbar wirklich nichts falsch dran einfach weil irgendwie auch so eine freundschaft ein wichtiger wert ist so ne eins ist nur klar wenn es irgendeine chance gibt dass sie doch auf die idee kommt dich daten zu wollen die zugegebenermaßen sehr klein ist hier an diesem punkt dann nur darüber dass man in seiner polarität bleibt und sagte ich habe für mich eine klare entscheidung getroffen ich will nur als date mit dir zu tun haben ist es meine entscheidung du kannst dich natürlich entscheiden dass du es nicht willst dann ja geht das hier auseinander und da soll es situationen gegeben haben wo eine frau dann das doch so cool fand sie doch gesagt hat ja komm vielleicht bist du doch mal ein typ aber die chance ist vielleicht gering und wenn du jetzt sagst dass es dir auch so wichtig ist mit der freundschaft ist das völlig in ordnung wenn du dich jetzt noch ein bisschen erholt davon nur überleg wirklich in dieser zeit du wirst weiter geschichten hören wie sie andere männer hat andere partner hat ja und bist du wirklich in der lage und willens auch das auswahl das muss sich halt überlegen und ich sage ganz ehrlich ich aber ich bin in meinem leben immer extremer geworden und ich will das auch nicht wie gesagt ich will das muss nicht jeder so sein für mich gibt es da wirklich nur noch ja klare strukturen und sicherlich tolle sache mit einer frau befreundet zu sein aber wenn ich mehr von der will und sogar verliebt in sie würden keinen bock mir dann rein zu ziehen wie sie in einer typen hat echt dann lieber lieber ganz abhaken ist meine meinung aber wie gesagt entscheidet muss jeder für sich entscheiden diesen sind wir sehen uns bald wieder wir haben jetzt bald auch mittwoch abend ist dieses 40k also 40.000 abonnenten kanal special da müssten wir diese ungefähr haben wenn es dann zehn weniger sind sauegal kommt da gerne dazu wie gesagt 20 uhr mittwoch live selbstüberschallenge geht nächstes monat wieder los manifestationschallenge verlustdienst und wir haben immer noch fünf tickets oder so für wien vielleicht ein bisschen suchen auf meiner homepage ich glaube die gibt es nicht direkt über event team zu kaufen vielleicht weil es im ausland ist ich weiß gar nicht genau warum und wir bereiten natürlich auch für mein neues buch auch die neue lesetour schon wieder vor tschau lieben